so willkommen zurück aber jetzt mal gerade zu einem anderen anlass weil mich jetzt schon mehrere gefragt haben wie ich immer wieder mitspieler finde und einige sind halt haben das selbe problem wie ich gerade selber wieder hatte obwohl ich jetzt schon 66 folgen aufgenommen habe ist es mir wieder passiert also ich denke mir die meisten gehen einfach hier auf die mission und gehen dann auf x oder halt auf jetzt spielen so dann kommen sie ja in die lobby das sieht dann so aus so es wird gesucht verbindung zur lobby wird hergestellt betrete lobby so ihr seht ich habe direkt zwei stück gefunden jetzt zeige ich euch aber was ich nämlich eben schon wieder nicht hatte jetzt machen wir dasselbe nochmal leere surfer werden gesucht betrete lobby und es wird niemand gefunden und das liegt an der ganz einfachen sache das ist wirklich schon so simpel dass man sich eigentlich selber in den kopf packen muss privatsphäre privat bedeutet euch kann niemand nachjoinen weder freunde oder sonstwas aber damit ist gleichzeitig auch gemeint dass euch auch niemand ins spiel selbst also ihr könnt nicht mit anderen zusammen spielen privat heißt wirklich komplett alleine ihr müsst dann wirklich hingehen entweder auf freunde dann können nur freunde nachjoinen aber das ist ja auch eher selten einfach auf öffentlich beitreten hier seht ihr schon jeder kann beitreten ohne einschränkungen das bedeutet wirklich jeder kann in die lobby reinkommen so jetzt probieren wir das noch dann müsst ihr auch gucken siehst du ich habe wieder den fehler gemacht jetzt steht er immer noch privat obwohl es ja auf öffentlich gestellt habt aber ihr müsst dann einmal den haken auf öffentlich machen und unten nochmal auf anwenden gehen weil jetzt seid ihr erst wieder öffentlich wenn ihr jetzt seht ich gehe auf aufträge er schickt mich halt immer eine andere mission glaube ich so keine partien verfügbar immer noch keine partien verfügbar dann sucht er sich halt mit spieler aus die eventuell drauf gehen auf zusammen spielen die halt zufällige missionen machen jetzt findet er bei mir immer noch nichts ja jetzt kommt was klar irgendeiner sind wir der erste wenn ein lobby aufgemacht wird die ist natürlich im höheren bereich aussieht kann ich jetzt nicht genau sagen aber viele werden genau dieses problem haben dass sie einfach auf privat gestellt haben oder auf nur freunde also jetzt bin ich hier war auch alleine das kommt vor dass dann erst nachgejoint wird ich meine das kommt immer wieder vor weil irgendeiner ist immer der erste in der lobby ich meine rette die welt wird jetzt nicht von zig millionen spielern gesucht und genau die missionen und genau der bereich deshalb machen wir es jetzt mal anders da wir probieren es jetzt einfach noch mal kontrollieren selber noch mal es steht auf öffentlich und gehen jetzt noch mal drauf weil eben hatten wir auch direkt welche drin so jetzt schickt er mich nämlich auch frei zu dem blitz und ihr seht lobby ist voll und wie gesagt die auch das problem hier haben viele braucht nicht dafür schämen aber es kommt immer wieder vor dass ich mich gefragt werde warum findest du auf dem pc mitspieler aber ich auf der playstation nicht obwohl auf der playstation die meisten spieler sind angeblich also jetzt habt ihr das problem gefunden wie gesagt privatsphäre öffentlich freunde können nur freunde des gruppenführers beitreten heißt ihr joint einem nach kann schon keiner mehr eurer freunde nachscheinen also stellt es einfach auf öffentlich und wenn ihr komplett solo spielen wollt dann nur auf privat aber es muss auf öffentlich stehen weil guckt jetzt stelle ich auf freunde so jetzt gehe ich da raus jetzt steht aber immer noch öffentlich ihr müsst halt wirklich öffentlich den haken drin haben und dann unten auf anwenden gehen also ich zeige es mal gerade so beim pc ist es so dann geht ihr auf anwenden und dann wird es auch angewendet ich hoffe ich konnte euch halt wirklich mit dem problem helfen weil mich hat es gerade wieder selber erwischt ich hatte nämlich kurz auf privat stehen weil ich keinen bock hatte dass mir irgendeiner nachjoint und wieder rumquatscht oder wenn ich nicht da bin aber das spiel noch anders deshalb hatte ich selber noch privat stehen und habe selber wieder nicht gemerkt dass ich es nicht zurück gestellt habe also wie gesagt auf öffentlich stellen auf a drücken oder auf x damit auch angewendet wird ansonsten wird es nicht übernommen dann würde ich sagen ich hoffe ich konnte euch damit helfen lasst gerne ein like da kommentiert es gerne wenn ich euch helfen konnte und ein abo wäre natürlich wie immer nonplusultra in dem sinne würde ich sagen haut rein